Was heißt denn jetzt nicht, denn jetzt schon unsere Gäste? Es ist ja nun nicht so gerne und mir tut es sofort ein bisschen leid. Es ist jetzt ja wirklich jeden Tag im Zettel, oder? Weil ja nicht schön ist, aber... Gut, so, danke. Ich bin zu. Ich habe einen Zimmer dran bekommen und das würde es dann machen. Ein Zimmer. Ein Zimmer. Ich bin zu. Vielen Dank.